So sehen die zwei Superhelden aus, nach 336 Aufnahmen. Hallo, Lappe! Lappe die 55. Wir haben gerade versucht wieder ein sexy, wundervolles... Lappe! ...mit einem yummy, leckeren Essen. Und yummy, yummy, der Rahm läuft schon weg. Der Kaffee ist schon kalt. Oh, Kaffee macht schön. Wow, was für ein Abenteuer! Wie viel Spaß, wie viel Leichtigkeit erlaubst du dir, auch vielleicht nicht ganz so perfekt geschminkt zu sein? Und einfach auch nicht so perfekt daherzureden. Ha, genau. Auf welches Abenteuer können wir dich mitnehmen? In absehbarer Zeit gibt es, und zwar im Doppelpack. Was für ein Abenteuer könnte das für dich sein? Dein erster Foundation mit uns. Wow. Nach vier magischen Nächten... Aha. ...mit dem Foundation von Vancouver. Ich freue mich so, denn euch... Ja, sie freut sich auch ganz toll. Ich mich auch. Es werden vier wundervolle Tage mit dieser bezaubernden Frau. Und... Übernächtigt. Leicht übernächtigt und so viel im Koffer. In diesem Koffer. Wow, ich freue mich so fest. Wir freuen uns magisch auf euch. Auf die Veränderung. Auf Spaß. Auf Leichtigkeit. Auf das Abenteuer. Abenteuer. Und Mut. Verrückt. Anders. Und noch mehr in euer Leben zu entladieren. Was euch so richtig viel Spaß macht. Und euer Leben noch orgasmischer. Wow. Lust dazu? Kommt mit auf unser Abenteuer. Ja, auf dein Abenteuer. Bis dann.